Ich bleibe ein großer Anhänger von Volksentscheiden und Volksabstimmungen. Wissen Sie, man kann eine solche Grundfrage, Teilhabe der Bevölkerung an den politischen Prozessen, nicht davon abhängig machen, ob eine Wahl oder eine Umfrage gerade mal positiv oder negativ ausgeht. Das wäre ein ganz eigenartiges Verfahren. Wir haben in Bayern, sind Spitze mit der Zahl der Volksentscheide, Volksbegehren, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, trotzdem steht Bayern an oberster Stelle in Deutschland und in Europa. Volksentscheide behindern nicht eine vernünftige und gute Entwicklung eines Landes. Da bin ich besonders allergisch, wenn man sich nach Entscheidungen der Bevölkerung vor allem mit der Bevölkerung und ihrer angeblichen Unmündigkeit beschäftigt. Das ist so ein politisches Steckenpferd. Da ist es dann immer die Bevölkerung schuld und weniger die Politik, über die die Bevölkerung abgestimmt hat. Also das wäre eine ganz oberflächliche Schlussfolgerung.